Wurscht geht Digga Happy Wheels ist mal wieder am Start seit über 2 Wochen und ähm heute werde ich mal ein Level wieder machen und wollte euch gerne mal fragen wie es denn aussieht ob ich hier die ganze Liste noch fertig machen soll denn es sind ja noch einige Videos oder ob ich mit diesen User Levels schonmal also mit den Levels von anderen Leuten mal starten soll da die etwas anspruchsvoller sind in meinen Augen und auch etwas lustiger sind und ja einfach mal so in die Kommentare schreiben und ich würde sagen hier reden ich fang mal an äh play no gibt es da Charakterwahl oder so oh no what the fuck press z ok wow was ist das ey Deutschland deutsche Post äh hey yo hey yo Oh oah festhalten Nein halt dich fest hu ja hu 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 nein mit arm halt dich nicht auf scheiße so Z eigentlich brauchen wir gar nicht festhalten, oder? Kann da was passieren? Das ist mein Motto Ja, bis hin So, hier kommt das Ding jetzt 1, 0 So, und jetzt Ja Hallo, weiter Hallo Hallo Oh, Mann, was macht das Ding? Willst du dich forschen? Moin, Fräsi Irgendwann ist das Level saulangweilig, kann das sein? Oh, jawohl Das kann auch aussehen, oder? Woo I'm leaving, fucking fly Don't touch my eye So, 2 1 1 0 Und an die Hände Fuck zum Himmel Fällst du jetzt weiter? Oh, warte Nein Nein What are you doing, man? Was machst du? Du bist so ein dummer Hannes Hannes Ja, ja, ja Ich weiß, ich lasse wieder ziemlich viel Scheiße Aber Kackstellung Rackete gezündet So Irgendwie muss ich mich, glaube ich bin So Und jetzt Jawohl Schön gemacht, mein Freund So Jetzt müssen wir noch kurz warten Warten, warten, warten Warten So Das Ding schaukelt aus Äh Hau ab Halt dich oben fest Halt dich oben fest Die Hoffnung stirbt zuletzt Oh What are you doing? Was machst du? Ey, das könnte was werden Oh, jetzt ist er ja Alter Das macht Oh 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 Fuck Jetzt Mann Langsam werde ich Agro, Alter Agro So Uuuuh Weil wenn ich mich so festhalte, dann Würde ich ja irgendwie hier stecken bleiben Das geht so nicht So Zwei Eins Hände hoch Äh Oh, dann muss ich warten, bis das Ding losfährt Kann das sein? Ah Halt dich fest Das Ding fährt automatisch los Jetzt habe ich es verstanden Ah Ah Jetzt Hey Wuuuh Wuuuh Ah Macht man es einmal richtig, schon funktioniert Ey, ein Schlitten, meiner Ne, oder? Ich gehe mal da hin, einfach Wuuuh Jawohl, eine Gondel Eine Gondel Ja, moine Was wir bei uns da haben Wuuuh Wo geht es jetzt hin? Ab auf die Piste B-b-biste Hallo, wo geht es da hin? Hallo Oh, sie jetzt auch steigen, oder? Ja, jetzt soll ich da rein kommen Mein Kind Ja, ich hab dich denn hier nicht Wuuuut Oh mein Gott Ich bin so gut Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen Und schreibt es mir auf jeden Fall in den Kommentaren, ob ich jetzt mit den anderen Level anfangen soll Und ja, ich würde sagen, hau drei Mädels Ja, ich würde sagen, hau drei Mädels